Schalom und herzlich willkommen zu den Inside News. Es gibt einige Verschwörungstheorien, die sich im Nachhinein als wahr herausgestellt haben, aber es gibt auch viele Verschwörungstheorien, die sich nachweislich als absoluter Schwachsinn herausgestellt haben, was am 24. September 2022 erneut der Fall sein wird. Einige glauben nämlich, dass am 24. September etwas Nachhaltiges geschehen wird. So heißt der Titel eines YouTube-Videos vom 15. September des Kanals Let's Play & Talk Live? Friedrich Merz, 24. September 2022. Geschieht am 24. September 2022 ein Event von globaler Tragweite? Doch wie kommt man darauf, dass am 24. September etwas von globaler Tragweite geschehen wird? Und was hat Friedrich Merz von der CDU damit zu tun? Schauen wir uns dazu mal einen Artikel vom 13. September an, in dem folgendes berichtet wird. End of the American Dream.com berichtet, was in aller Welt haben sie am 24. September 2022 vor. Wie Sie unten sehen werden, warnt ein Mitglied des Deutschen Bundestages offen, dass der 24. September ein Tag sein wird, an dem sich jeder daran erinnern wird, genau wo er oder sie war. Deshalb erscheint das, was ein Bundestagsabgeordneter, nämlich Friedrich Merz, gesagt hat, so seltsam. Jeder wird den 24. September 2022 nicht vergessen und jeder wird genau wissen, wo er oder sie war. Warum glaubt er, dass der 24. September so historisch sein wird? Frau gibts! Ja, super rum.